Kinder und ihre Grenzen oder wo ist meine Identität? Als Persönlichkeiten, als Menschen, die wir werden und die wir dann sind, wollen wir unsere Identität bilden. Und das bedeutet schlichtweg, wer bin ich und wer ist der andere? Was kann ich und was kann der andere? Wo sind meine Grenzen und wo sind die Grenzen der anderen? Da ist die Welt und dort bin ich. Ich empfinde mich, ich nehme die Welt auf, ich verarbeite die Welt, die Welt ist in mir und ich bin in der Welt. Also diese Grenzen, die wir natürlicherweise erfahren in unserem Dasein, das bedeutet diese, um es nochmal zu sagen, diese eigene Identität und die Identitäten der anderen. Oder wenn wir das jetzt runterbrechen auf die Familie, da ist meine Mutter, das ist meine Mutter, die liebe ich, die liebt mich auch und so weiter. Und meine Mutter will aber etwas von mir und ich möchte etwas von meiner Mutter. Wir könnten es auch sagen, das sind Bedürfnisse, die wir als Menschen teilen, machen, wo wir Kompromisse finden, wenn wir miteinander umgehen. Das heißt, der eine hat ein Bedürfnis und ich habe ein Bedürfnis. Und so messen wir uns. Das heißt, wir wollen uns immer wieder, wenn wir es krass formulieren, durchsetzen oder behaupten oder etwas dazu beitragen. Und der andere will das ebenso. Der andere hat eine gute Absicht, schlechte Absicht, was auch immer für eine Absicht und ich habe eben meine Absichten. Und das sind so typische Grenzbereiche, in denen wir unsere Identität erfahren. Und es geht, keine Identität funktioniert oder geht, wenn sie nicht Grenzen gesetzt bekommt. Das heißt, wenn ein Kind, um es konkret auf die Kindererziehung zu beziehen, tatsächlich auch Grenzen gesetzt bekommt. So weit geht das und so weit geht es eben nicht. Das kannst du tun und das geht nicht. Das geht dann an meine Grenze ran und das möchte ich zum Beispiel nicht. Und so leben wir ein ganzes Leben in diesen Grenzbereichen immer wieder. Grenzbereiche, die wir versuchen zu überschreiten. Grenzbereiche, die wir lernen zu akzeptieren. Grenzen, wo wir einfach behutsam sind, achtsam sind. Weil wir können nie vollkommen ausufern oder etwas Einseitiges tun, weil es dann Sanktionen gibt, weil es dann Probleme gibt, weil die Konflikte dann einfach da sind. Und insofern messen wir uns als Menschen immer wieder in Grenzbereichen. Und deswegen ist es in der Kindererziehung so wichtig, Grenzen entstehen zu lassen. Und die kommen natürlicherweise Grenzen. Was tut ein Kind, das jetzt vollkommen ausufert und dem anderen Kind was über den Kopf haut und noch mal über den Kopf haut und so weiter. Also die Grenzerfahrung in der Erziehung ist vielleicht das Rudimentäre von Erziehung generell und überhaupt. Das heißt, wenn wir ein Konzept verfolgen von Erziehung, dann geht es darum, Grenzen zu bemerken, zu berühren, sich anzupassen, auszugleichen. Das ist das Interessante. Und viele Kinder kriegen vielleicht zu wenig Grenzen gesetzt. Oder es ist eben die Herausforderung, ihnen auch immer wieder Grenzen zu setzen, die natürlich angemessen sind, keine Frage. Und zu den Grenzen gehört zum Beispiel so etwas wie Disziplin, wenn wir schon dabei sind. Also eine Disziplin zu lernen, weil ohne Disziplin ist eine Grenzthematik nicht machbar. Und diese Dinge sind so außerordentlich wie zum Beispiel auch das Thema, auch das ist ein Grenzthema, zur Ruhe kommen oder nicht tun oder nicht ständig abgefüllt und überfüllt zu werden, übersättigt zu werden, alles abgenommen zu bekommen. Sondern man verlangt etwas oder du verlangst etwas von deinem Kind und dein Kind verlangt etwas von dir und so findet ein Austausch statt. Aber was dann noch sehr wichtig ist, ist eben zur Ruhe kommen. Immer wieder zur Ruhe kommen, also das Nicht-Tun, das sich langweilen für ein Kind oder Kinder drücken das oft als Langeweile aus. Und wenn wir als Eltern mit der falschen Grenzziehung da kommen, dann sagen wir, mein Gott, ich muss mein Kind beschalen, ich muss etwas für mein Kind tun, ich muss ein Content liefern, so wie wir hier ein Content liefern, das ist es natürlich nicht, sondern es gilt sich auch zu langweilen, nicht zu tun, still zu sein, still zu sein auch ganz oft. Das sind so ein paar, vielleicht so ein paar Hinweise für den Umgang mit Kindern und für deren Identitätsbildung.